hallo und herzlich willkommen zurück bei red dog gamble und ja wir sind mal wieder auf der tour die ticketjagd bei bluestacks wir gehen jetzt auf play and win schauen nach was die nächste tagesquests ein neues spiel nicht so wie gestern gottnis premial chaos deutsch habe ich irgendwo schon mal gehört na gut dann werde ich erst mal downloaden ich würde mal sagen dann bis gleich so da bin ich habe es mal schnell down gelaudet das war nur paar sekunden das war 30 megabyte groß hier stehen die tastatur wenn man es mit tastatur spielen möchte ansonsten denke ich mal kann auch mit maus spielen vielleicht mache ich gleich noch mal einen kleinen cut wenn ich hier was eingehen muss wie passwort und sowas bei e mail adressen wichtig annehmen prüfen erst im trinken du musst okay jetzt dort doch ein bisschen länger das war also nur der lanche den ich runtergeladen habe jetzt kommt das richtige spiel aber sieht ziemlich gut aus also geht ziemlich schnell ich schau mal kurz ne war glaube ich zehn minuten spielen 10 minuten oder mehr okay das sollte man glaube ich hinkriegen kommt schon gottnis auf deutsch dass der name sagt mir irgendwie was ich denke ich habe das spiel schon mal gespielt auf mein handy aber ich kann mich da nicht so dran erinnern registrieren anmelden sofort spielend ich denke mal ich muss mich registrieren also ich will mich registrieren also ich mal ein klein cut dann bis gleich so drücken wir mal auf start schauen was passiert aber ich glaube das sind solche spiele die ich eigentlich nicht so gerne mag aber für das ticket zehn minuten kein problem jetzt schneller und noch mal laden doch das kann ich das spiel ich spiele die mann und krieger oder blutmeister heißt ja blutmeister nicht blutmeisterin heißt sie auch beschwörer nicht beschwörerin oder krieger nicht kriegerin ich darf mich ausstatten das sieht aus wie ein jäger das ist ein sheriff ich nehme mal hier den hut wie der hutmacher von Alice im Wunderland genau das sieht cool aus schwarz-weiß so machen wir dies so und weiter gehts ja genau genau das ist so was was ich nicht so gern mag super drauf drücken rennt da hin drauf drücken wow wow also das spiel ist über handy glaube ich auch besser wenn man warum heißt hier eigentlich bloß jeder ah ok ich muss hier das sieht so ein bisschen aus wie bei diablo wie bei diablo hier hm naja was soll ich dazu sagen Ausrüstung, ja. Okay, hallo du Fee. Gehört die jetzt mir oder nicht? Also, bislang ist es ja nur hier klicken, 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 da wird es gezeigt. Wenn man es sich durchlesen möchte, dann weiß man bestimmt, was man da macht, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein Fan von diesen Spielen, wie ich schon gesagt habe, und daher probiere ich wirklich nur, ah, Automatik, ach, das ist mein Ticket schon gewonnen. Ich probiere jetzt noch hier schnell die Instanz hier durchzuspielen auf Automatik. Also Automatik ist ganz nice, das kannte ich damals, bei dem Spiel, was ich gespielt habe, nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das hieß, aber ich glaube, das hieß auch irgendwas mit guten ist. Ist allerdings auch schon, wieviel Jahre her? Vier Jahre her, wo ich das gespielt hatte. Ich weiß es nicht. Nehmen wir den zweiten jetzt. Oh, nice, nice, nice. So, nehmen wir noch die Quest an. Ah, guck mal da. Was ist das? Ich möchte die Truhe haben. Jetzt aber. Ey. Ich habe keine Münze mehr. Schweinerei. Na gut. Hm. Da. Okay, danke, danke. Vielen Dank. Ach, okay. Verstärken. Puh. Nochmal verstärken. Wie weit kann man das verstärken? Okay. Weiter geht es nicht. Wow. Da nochmal hinrennen. Nein. Das ist dann wieder die Quest, da will ich nicht hin. Deswegen sag ich mal, reicht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn das Spiel nicht meins ist. Vielleicht mag das ja einer von euch. Premiere Chaos Deutsch. Aber ich warte die Woche noch ab. Und dann werde ich das wahrscheinlich runterhauen, das Spiel. So, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss.